In diesem Video beschäftigen wir uns mit Differenzialgleichung erster Ordnung, die man mit Trennung der Variablen lösen kann. Die sehen immer so aus. Ich habe hier y' ist gleich eine Funktion g, die nur von dem x abhängt, mal eine Funktion h, die nur von dem y abhängt. Und jetzt wollen wir die mit dem Verfahren der Trennung der Variablen lösen. Und das y' können wir auch schreiben als dy geteilt durch dx. Und das können wir also umsortieren. Also wir starten mit dy durch dx gleich g von x mal h von y. So, und das sortieren wir jetzt einfach. Wir tun also, wenn die Eselsbrücke ist, wir tun so, als ob das dy und das dx Teile eines Bruchs sind. Und stellen das Ganze um zu dy geteilt durch h von y ist gleich gx mal dx. So, und wenn ich so ein dy und so ein gx einzeln stehen habe, dann bedeutet das im Wesentlichen, wir wollen ein Integral berechnen über diese einzelnen Sachen. So, diese Funktionen möchte ich getrennt voneinander integrieren. Die sollen dann gleich sein. Das ist das, was man in den Formeln üblicherweise groß h von y und das andere nennt man groß g von x. So, das wollen wir uns jetzt in dem folgenden Beispiel y' ist gleich 1 durch xy anschauen. Und wir haben noch einen Anfangswert gegeben, also y von 1 ist gleich minus 1. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal die Gleichung an. Wir haben y' ist gleich 1 durch xy. Das kann man natürlich auch wieder schön in dieser Produktstruktur schreiben. Da habe ich also, das ist das ja wie 1 durch x mal 1 durch y. y, das heißt, unsere Funktion g von x, das ist 1 durch x und unsere Funktion h von y ist 1 durch y. So, dann bestimmen wir jetzt erst einmal unsere Funktionen g und h. So, also groß g von x. So, wenn wir jetzt keinen Startwert hätten, dann würden wir einfach das unbestimmte Integral über klein g brechen. Jetzt haben wir aber den Startwert. Das kleine g soll bei minus 1 starten. Das ist gerade die zweite Komponente hier. Also wir wollen y von 1 soll minus 1 sein. Das läuft also von minus 1 bis zu einem x. Und dann integrieren wir über g von t. Das heißt, von minus 1 bis x wollen wir 1 durch t nach t integrieren. Da kennen wir eine Stammfunktion. Das ist einfach der Logarithmus. Jetzt, weil wir in den negativen Zahlen sind, brauchen wir Logarithmus von Betrag von t. Und das Ganze wollen wir auswerten in minus 1 bis x. So, das heißt, da bleibt am Ende vom Tag Logarithmus von Betrag von x übrig, weil der Logarithmus von Betrag von minus 1 ist der Logarithmus von 1. Das ist 0. Okay, also damit haben wir schon mal das g bestimmt. Jetzt wollen wir h von y ausrechnen. Das soll jetzt sein, das Integral nicht über klein h von y, sondern über 1 durch klein h von s ds. Und wir haben wieder Anfangswerte, y von 1 soll irgendetwas sein. Also dann integrieren wir hier von 1 bis y. So, das heißt, in diesem Fall haben wir das Integral von 1 bis y über s ds. Na gut, das kann man entspannt integrieren. Da kennen wir eine Stammfunktion. Das ist also s² halbe ist die Stammfunktion. Das wollen wir auswerten in 1 und y. Das heißt, da kriege ich also y² halbe minus 1 halb heraus. Also wir wollen haben, h von y ist gleich g von x. Und das liefert uns gerade y² halbe minus 1 halb ist gleich Logarithmus von Betrag von x. Und das stellen wir jetzt einfach um nach unserem y. Also da haben wir also y² ist gleich 2 mal Logarithmus von Betrag von x plus 1. Das 2 mal Logarithmus Betrag von x können wir auch umschreiben nach den Logarithmen und Rechenregeln. Das ist dasselbe wie Logarithmus von Betrag von x zum Quadrat. Und das können wir ein bisschen gefälliger schreiben. Wenn wir was quadrieren, ist die Vorzeichen ja egal. Das ist also Logarithmus von x² plus 1 am Ende vom Tag. So, jetzt wollen wir das nach y auflösen wollen, wenn wir die Wurzel ziehen. Und bei der Wurzel haben wir immer zwei Möglichkeiten. Bei der Wurzel, Wurzeln sind ja automatisch positiv. Das heißt, wir haben einerseits die positive Wurzel. Also wenn ich einfach nur Wurzel von Logarithmus von x² plus 1 schreibe, ja, dann ist das immer automatisch positiv. Jetzt wissen wir aber, wir wollen haben, y von 1 soll gleich minus 1 sein. Das heißt, wir wollen negative Werte haben. y sollte auch immer nicht 0 sein. Also wir können auf gar keinen Fall, weil das y eine stetige Funktion sein wird, über die 0 herüberlaufen. Wir wissen, das nimmt nur negative Werte an. Und weil wir das gerade wissen, also weil das y kleiner ist als 0 am Startwert, kommt hier vorne noch eine Minus vor, die Klammer davor. So, und damit haben wir dann die Lösung ausgerechnet. Also das ist die Lösung des Anfangswertproblems Stern mit Trennung der Variablen.